Ich mache auch viel lieber Corona-Smalltalk, als in jedem Gespräch als Erste zu fragen und hast du Angst vorm Weltkrieg und wie gehst du damit um? Dann doch lieber Gespräche wie und hat's es jetzt auch? Ja, selbstverständlich hatten doch alle inzwischen, oder? Nein, ich hatte es nicht. Ich sag nur Blutgruppe Null. Blutgruppe Null. Ja. Ach, hör mal auf. Ich kenne so viele mit Blutgruppe Null, die es auch hatten. Ja, es kommt doch auf den Aszendenten an. Ja, es kommt doch auf den Aszendenten an.